Also diese Selbstverordnung wurde 2019 gegründet. Seit drei Jahren sind wir jetzt zu fünft zusammen und wir organisieren jedes Jahr feste Programme, die wir jedes Jahr organisieren und immer wieder versuchen wir auch neue Programme, Projekte einzuleiten und am Ende des Jahres stellte sich heraus, ob wir das so richtig gedacht haben oder einige Veränderungen stattfinden sollten. Solche feste Programme sind zum Beispiel die Platzkonzerte, die regelmäßig seit mehr als 25 Jahren hier in Pej 5 Kirchen stattfinden. Seit zwei Jahren jetzt auf dem Yokoi Platz. Früher haben wir und unsere Vorgänger das immer wieder versucht, auf anderen Plätzen der Stadt vor dem Theater zum Beispiel im Jolneufiertel und wir haben gedacht, dass wir wieder in die Stadt zurückkommen und hier im Zentrum der Stadt dieses Ereignis dann präsentieren. Es hat sich gelohnt, weil immer mehr Leute kennen diese Veranstaltungsreihe eigentlich. Den ganzen Sommer hindurch, Sonntags gibt es Blaskapellen aus der Umgebung. Wir organisieren seit jetzt zwei Jahren den Martenfest, den Martinstag für Grundschulkinder in den ersten Vierkörsen. Wir organisieren jedes Jahr so Theater, kleinere Theaterstücke. Unser Projekt heißt Kultur und Kulinarik, wo wir versuchen, etwas Kulturelles mit dem Essen in Verbindung zu kommen. Im Trophic organisieren wir das. Und da werden immer so kleinere Theaterstücke vorgespielt und auch ein Abend lassen wir da serviert für die Zuschauer. Da haben wir auch regelmäßig so zwischen 70, 80 Zuschauer. Das haben wir hier jährlich einmal oder zweimal organisieren wir sowas. Dann organisieren wir jedes Jahr ein Sommercamp in Lidthovo, wo die zukünftigen Neunklässler des Valerichhochschulzentrums eine Woche verbringen können. Sie werden praktisch in das Schuljahr eingeweiht, was Volkskunde, was deutsche Fächer bedeuten. Und das versuchen wir, da spürlich ihnen zu vermitteln. Seit drei, vier Jahren versuchen wir jetzt als Deutsche Sessler und Peitsch fünf Kirchen mit dem Linauverein zusammen diese Partnerschaft mit Fellbach. Peitsch hat hier mehrere Partnerstädte in Deutschland Fellbach. Das ist auch mehr als 35 Jahre alt, diese Partnerschaft. Aber seit drei, vier Jahren versuchen wir es neu zu beleben. Und wir haben die Zivilorganisation dort besucht. Sie waren auch bei uns zweimal bereits. Und in der Zukunft planen wir auch Projekte für Jugendliche, für ältere Generationen und so weiter. Also wir haben schon viele Programme, was wir organisieren. Teilweise wird das aus staatlichen Geldern finanziert. Also wir bewerben uns bei Betlen-Fonds für bestimmte Projekte. Und als Nationalität in Selbstverwaltung bekommen wir auch vom Staat jährlich eine bestimmte Summe. Und das versuchen wir auch für diese Zwecke zu verwenden. Wir haben immer wieder Pläne für die Zukunft. Was wir schon früher besprochen haben. Also mit Fellbach möchten wir jetzt für Jugendliche ein Projekt einleiten, wo in Peitsch eine jetzt die sechste Klasse und dort in Fellbach eine sechste Klasse eine Partnerschaft aufbauen. Zuerst online und dann später können wir sie auch gegenseitig besuchen. Wir planen seit zwei Jahren, dass wir hier in Peitsch eigentlich eine Applikation entwickeln, mit Fachleuten natürlich, wo wir dann in der Stadt einen deutschen Weg eigentlich organisieren würden. Also die Touristen oder auch Einheimischen, die in deutscher Sprache die wichtigsten deutschen Plätze hier in Peitsch besuchen möchten, können sie mit einer Applikation. Das wäre ein Wettbewerb eigentlich. Also da gibt es Fragen und wenn man die Fragen, die Antworten nicht weiß, dann kann man das abrufen und so weiter. Aber es wäre ein Tour hier, ein deutscher Tour organisiert. Das haben wir auch bemerkt, dass vor allem bei den Jugendlichen das gut ankommt. Also sie wollen nicht von fremden Führern geführt werden, sondern lieber alleine mit ihren digitalen Sachen. Und das planen wir nächstes Jahr. Und immer wieder tauchen neue Ideen auf, die wir versuchen zu verwirklichen. Wir arbeiten mit verschiedenen Partnern zusammen. Hier in der Stadt, also die Stadtverwaltung unterstützt uns. Es gibt in der Stadt einen Nationalitätenrat, wo wir auch Mitglieder sind. In Peitsch sind jetzt zurzeit elf Nationalitäten vertreten in diesem Rat. Einige Projektprogramme werden auch von diesem Rat mitfinanziert. Wir organisieren auch jedes Jahr Anfang September einen Nationalitätentag oder Wochenende war es dieses Jahr, wo wir versuchen uns der Bevölkerung zu zeigen. Wir bieten dann da auch immer Köstlichkeiten unserer Nationalität. Natürlich die Serben ihre, die Kroaten ihre. Und da organisieren wir auch verschiedene Auftritte für Chöre oder Kapellen oder Tanzgruppen und so. Und wir haben auch einige Gruppen, die wir besonders gerne unterstützen. So eine Gruppe ist die Musikkapelle Musikkapelle Alte Kameraden. Die haben mehrere Programme. Nächstes Jahr möchten wir, wenn es uns gelingt, im Mai im Kodai-Zentrum ein Konzert mit ihnen gemeinsam organisieren. Wir hoffen, also wir haben uns dafür beworben. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das nächstes Jahr organisieren können. Wir organisieren auch für jugendliche Projekte. Es gibt, dieses Jahr haben wir zwei oder drei verschiedene Wettbewerbe hier organisiert. Oder wir waren mit Organisatoren, mit dem Lenauverein in diesem Bereich. Es gab einen Märchenwettbewerb. Es gab einen Stadtrallye-Wettbewerb für unterschiedliche Lebensalte. Es gab einige für Grundschulkinder, ein anderes Wettbewerb für Gymnasialschüler. Dieser Martinstag ist auch eine Tradition, die wir dann neu beleben möchten. Voriges Jahr haben wir zum ersten Mal hier auf dem Stationplatz. Dieses Jahr gab es wieder einen, ein bisschen ähnlich. Nächstes Jahr möchten wir etwas anders organisieren, vielleicht mit neuen Ideen einen neuen Schwung da reinbringen. Also wir versuchen auch, auch die Jugendlichen anzusprechen. Aber unser Ziel ist es, und das ist sehr schwierig und fehlt eigentlich, dass möglichst Programme für die Leute da sein sollen, wo alle Generationen sich treffen können. Wir können, und das tun wir auch regelmäßig für Jugendliche, für Mittelalter und für ältere Leute, aber es ist selten, dass alle Generationen zusammenkommen. Das wäre unser Ziel, dass möglichst eine Möglichkeit sich ergibt, dass die Generationen miteinander etwas gemeinsam erleben. Das heißt, wir freuen uns, wie gesagt haben Sie, wir wollen uns auf alle Region und wir freuen uns aufnehmen. Wir freuen uns auf, auf alle Säge und uns auf alle Säge.